Was ist geplant, Irish? Wacker, nimm meine Waffe. Was soll das heißen dann? Sie gehört jetzt dir. Was zum Hacker soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß! Nein, tu's nicht! Los, Wacker, zerschieß das Fenster! Das ist ein Befehl! Lasst die Scheiße sein, Wacker! Rettet euch! Raus hier! Raus hier! Willkommen! Mal schauen mal. Ich bin eigentlich Call of Duty Spieler, aber... Mal, mal wenn es gut verprobieren. Vielleicht klappt's ja. Mal gucken. Mal schauen mal. Mal schauen mal. Aber er sagt, es war nicht kraft, wie man so ein Battlefield gleichzeitig spielen kann. Auf geht's! Auf geht's! hab ich nicht durch schade eigentlich schauen wir hier mal doch keinen patronen gar nix ich glaube ohne patronen rum na ja wo ich aber sammeln das ist das ist das ding spiel hier ein funk spiel dort eigentlich überleben ja ich weiß nur wo es weitergeht erst mal mehr nix wegkamera das ist natürlich das Problem da steht was ich hätte fast ins gesicht geschossen wo sind die anderen entspann dich pack roten hänker warst du als die übergabe schief ging kam ich direkt hierher es waren russen oder spec ops eine sekunde sind sie da in der nächsten wieder weg tief durchatmen mann hast du die intel ja ja sehr gut schon hell draußen müssen zum abholpunkt weiß einer wo irish ist ich dachte wer bei dir ich breche die funkstelle 3 hier tombstone actual wo bist du komm aus richtung norden hier wird's brenzlig das ist der feuer schutz ich bin da los jetzt macht die freiheit der kiste ist munition nimm dir so viel du kannst du dir ans fenster keine ahnung aber macht das passt schon irgendwie die da und aufladen ich wollte aber aufladen die schlöße lb ok das muss ich vertrauen die haben mich festgenagelt Das hat er. Da sind noch mehr. Siehst du sie? Ich schieße auf. Guter Schuss, Wrecker! Ich schieße! Noch zwei, links, falle sie aus! Nee, einer von der anderen hat mich gerade abgebildet. Ja, der Gründer ist vor uns. Lass uns stehen in Ruhe, mach sie platt! Stimme. Wo sind die? Okay, alles klar, dann komm weiter. Kommt noch welche anscheinend. Ich seh noch keine. Ja, hallo, ne? Ah, da. Sicher? Okay, es ist Zeit gesicher zu sein. Ach, Alter. Okay. Immer hinterher. Das ist schon mal. Ja, wenn ich eine Weile kalt gerne gehen. Lauf im Zeichen. Wir geben uns zur Abholung. Verstanden, Turm Storm. Der Heli kommt. Bringt der Squad in Position. Over. Da unten. Im Adrien. Sie haben uns nicht gemerkt. Schieße! 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 Das Zeichnung, wir wollen auf deine Ziele. Ach, nur zweiter schneller. Ach, nur zweiter schneller. Vorsicht! Sie sind in den Nebenkreisen! Schieße! 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 Was ich das hier habe? Die ich jetzt habe. Das wäre jetzt besser. Das ist die 400 Waffe. Oh, Frau! Oh, Sch proprikte! Wir haben keine Waffen. Such deinen Weg! Alle Mann okay? Nur so weit. Das ist unser Fluchtweg. Wrecker, ist da Sprengstoff in der Kiste? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Mach dann Fenster. Na los, mach sie auf Wrecker. Geht alle in Deckung. Äh. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Und anders kommen wir hier nicht raus Spreng die Scheißwand Ja Hm Ich hab doch mal Du hast den Zinder genommen Hab ich jetzt nur wahrscheinlich, ne Ja, aber ich kann nichts antreten hier Wolle ich fest Hm Zurück Nicht Das war sehr geschickt Ah, nur fast Scheiße, wir mussten doch eben einen Springplatz gehabt Irgendwie Das ist Das, das Die beiden Sachen hab ich Naja Springzack holen Hab ich genommen eigentlich Das ist nur wasch Gewehr, soweit ich sehe Das hab ich doch genommen Ja, LB Ah, okay Das erste Mal Weiter geht's Tombstone Action Hier ist Firebird 2-1 Wir sind unterwegs Wander wir da, oben Ich kann nicht bitte Schön, dich zu hören, Hawk-Kind Wir machen Fortschritte Schenk deine Leute aufs Dach Lass mich nicht warten Hast du dich umgesehen, Rack? Das Gebäude Ist wie eine Gebäudehälfte Komm schon, Rack Das Sichtgerät ist echt hilfreich Ja, das Sichtgerät Ja, die beiden Schornsteine Direkt voraus Siehst du sie, Racka? Ich bin So grad irgendwie Die B 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 Nein. Verstetigter Abschuss! Ich setze ja nur aus gerade. Das erste Mal, dass ich vor dem Battlefield spiele. Genau, ich denke es war eh nicht, aber ein paar Sachen anders. Da ist ja schon wo ich bin. Ja. Ich gebe Feuerschutz, alle F*** benennen. Dann gebe Feuerschutz. Ich bin der Fall. 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 Ich muss ja immer damit zurechtkommen. Ich bin der Fall. 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 Vielen Dank.